Alter Sorry, das war, das war Reflex Ich hab vergessen, dass du nur ein halbes Herz hattest Das sind meine 20 Level Du hast es provoziert Du springst ja auf meinen Samen rum und klausst die mir Ich spring auf meinen Samen rum Ja, aber Da kannst du doch nicht erwarten, was ich dann lieb bin Sonst achtest du auch immer auf alles Warum machst du das nicht? Halbes Herzab Was machst du? Alter, jetzt haut doch alle mal von meiner Farm ab Jürgen, bitte mich nicht töten Das war keine Absicht Ja, ich will trotzdem alle meine Sachen wiederhaben Ja, hier liegt doch noch was Und im Wasser, guck mal Ich glaube, runtergefallen ist nix Wenn was fehlt, gebe ich es dir gerne zurück und erstattest dir Nur das war wirklich keine Absicht Ich wollte dich einfach nur schlagen, weil du halt Mit den Pflanzen Hast du nicht gesehen, wo ich herkam, Martin? Na, von oben Ist runtergefallen Weil du dich da irgendwie lang gegraben hast Ich hab Angst, dass gleich irgendjemand von hinten kommt Jaja, willst du da runterspringen? Soll ich nicht runterschlagen? Nein, nein, nein Ich hab Angst, wenn ihr hier Wenn ihr hier so um mich herum lauert Solltest du halt jetzt auch Auf der Mauer, auf der Mauer Sitzt da, Kleiner Naja, wenigstens hat sich mein Hunger Und für Lebensprobleme gerade gelöst Das ist doch so was Gutes Naja Vor mir war es nicht so Ich hatte volles Leben Das ist trotzdem verdient Oh, oh Oh, Jürgen ist ein bisschen pissed Ja, wir haben es gerade habt Pist Jürgen ist ein bisschen pissed Ja, mir fehlen wirklich Sachen Because hier ist ein bisschen besser Ja, dann sag mir Was sag an Ich werde dich jetzt nicht bitten Mir eine neue Feldhacke zu machen Kei schön selber, Arschloch Arschloch Darauf habe ich gewartet Ich kann das nur so gut aussprechen So, jetzt müsste es synchron sein Nach tagelanger harter Arbeit Sehen Sie nun das Ergebnis Eines einer zweistündigen Aufnahme Denn die Folge ist zwei Minuten lang Arschloch Wow, Martin Ich muss ja besser zu Herzen Was Flo dir gerade sagt So, Arschloch Das hat doch oft mich immer zum Mobben Das ist alles verdient Mobfer Uhrensof Alter Floher Das sind schon wirklich schlimmere Beleidigungen Das geht soweit vorher, das kennt schon an Mobbing Uhrensohn Ja, ohne Scheiß, sowas finde ich eigentlich nicht los Sowas würde ich nicht tolerieren, Martin Schlag ihn einer rein, komm, schlag ihn einer rein Oh nein, jetzt kann ich schon niemanden mehr um was Liebes bitten, oder? Oh, Floch Oh, Jan, dann breite du dir hoch und schlag dich runter Nur einfach, damit du damit aufhörst Mit was denn? Jetzt kannst du es wirklich sagen Jetzt war Martin nämlich richtig Asi zu dir auch Du hast es gehört Ja, ich habe ihn richtig gedisst Du wolltest ihn runterschlagen Ich habe gesagt Bis trotzdem Ja, damit haben wir jetzt auch schon wieder acht Folgen verbracht Um diese Plattform zu bauen YOLO Seid ihr noch da? Nein Rund um die Uhr am Dienst, nur um euch zu besparen Oder zu langweilen Je nachdem, wie ihr es empfindet Nein, mir fehlt fünf Erde Ja, du kannst ja für mich mal gleich mitformen gehen Als ein Schädiger Weil ich habe auch keine mehr Und ich brauche noch ungefähr sieben Stacks oder so Sieben Stacks? Ja, ich habe die erste Hälfte meiner Plattform mit Erde gefüllt Am Arsch Warum habe ich eigentlich gerade eine Schaufel gemacht, wenn ich einen Feldhack brauche? Mach dir doch noch eine Feldhack Ja, mache ich jetzt auch Günstlicher sind es nichts So, ja, ich will den Neta Aber nur wegen Glosson Warte aber auf mich Ich auch in Neta Ich brauche nur ein bisschen Glosson lassen Tränke bin ich noch gar nicht so scharf drauf Wird heute später bin ich in Neta Wie lange wollen wir noch aufnehmen? Komm, lass noch 20 Wird es noch 20 Minuten? Oder erlässt eine halbe Stunde Egal, ich habe noch Ich habe Bock Alter, ich sollte von den Aufnahmen nicht immer so viel trinken Ja, ich sollte auch nicht so viel trinken Ich habe nämlich nichts Und ja, ich möchte jetzt eine Tüte mit Leid Vielleicht kriege ich ja noch ein bisschen Erne raus Vielleicht doch nicht Kann sein, dass unter meiner Plattform alles schon zur Erde wird, weil es so dunkel ist Das Gras Das Gras Das ist scheiße Ach ja, so geil So geil Die Dinger stehen zwar falsch, aber egal So was scheißig Ich brauche jetzt mal essen Was für Ausdrücke hier Ob sowas quote ich Bestuhlen Ja, das ist nur ein geiles Wort Na, wir hatten Disconnect Ich glaube Florian Ja, Florian hat ein Disconnect Was war los? Du hattest ein Disconnect Ich? Du Boah, jetzt gibt mir So kann man das machen Jetzt kriegt man die Erde fast immer Einfach sofort den Block platzieren Oh ja So habe ich jetzt meine restliche Erde bekommen Super Falls sich die, die mir gerade zuschauen, sich fragen, was ich mache Ihr werdet es gleich wissen Trollt wieder Richtig Oh nein Warte mal, ich muss jetzt gucken Oh nein Oh nein Ich konnte es mir schon denken, aber ich fragte es nicht aus Wo hast du diese scheiß Notenblöcke her? Oh, die sind ja auch voll schwer zu craften, ey, ohne Scheiß Oh ja Acht Holz und ein Redstone Wo hat er die reingebaut? Die sind nicht bei der Hütte drin Die sind irgendwo im Berg und die tut er jetzt nicht mehr weg Flo, das wird sich selber noch nerven Nö Das spiel ich schon gewöhnt so oft, wie ich das mache Ja gut, das Gute ist nur So, Sound aus Dann weißt du aber nicht, wenn ein Summi angehört Das ist Hellstatt A Nein, Plattenspieler Plattenspieler kannst einfach ausstellen, Kunde Julian Hörst du nur die Plattenspieler nicht mehr? Geräusche Guck mal, Plattenspieler Notenblöcke Ja Schlecht gelaufen, Flo Hörst du schon noch was einfallen lassen? Ach, Arschloch Er ist roh You fucking ass, I'm roh So, da ich jetzt hier fertig bin Habe ich mir nämlich einen Toilettengang Gönnt, äh, verdient Ja, du gönnst jetzt einen Toilettengang Ja, ich würde schon merken, was ihr davon habt, dass ihr einfach den Ton ausmacht Ich kann gerne jetzt machen, wenn du möchtest, gesundheitst Warum mobbst du mich eigentlich im Aufruf? Ich hab dir nichts getan Ich hab das über Martin seine Fragen gleich gemacht, also Wo hab ich im Prinzip gleich nochmal Was ist das richtig geil ist? Was denn? Nichts Ich lasse mir deine Aufnahme angucken Ich hab ein bisschen Angst Was solltest du auch? Das ist Flo noch da? Ich hab den gar nicht mehr Okay Du kannst mir ja whispern, was du gerne machen würdest Wer? Du Es ist Ich werde dir gleich hören Und Ich Mach am besten Lava irgendwo hin Feiertag ist aus Sie kannst du trotzdem Lava setzen, oder? Also ich höre auf jeden Fall schon mal eine Glock Keine Glock Und Nee, der macht Das mit der Tür Das hat sich aber nicht Ich würde nur machen, dass ihr das nicht einfach ausstellen könnt durch Plattenspieler Hab jetzt einfach fucking Spender genommen Oh nein Ja, und dir dann eine Glock angeschlossen Ja Ist eine Glock Die Glock, die auch die Notenblocke betreibt Ach, ich bin Florian Ich versuche witzig zu sein und Aufmerksamkeit zu erwegen Was weißt du? Weil du ein kleines, stinkendes, pädophiles Kind bist Wurde Julian wissen, dass ich das von seiner, von seiner Plattform ausgebaut habe Würde ich erst mal denken Was? Denn nur über seine Plattform kommt man da hin Oh, dass ich es nicht so laut hören kann bei mir hier unten Das können wir ändern Hä, das ist direkt über dir, du Spast Ich höre es nicht so laut hier Ach, es ist in den Berg reingesetzt Über Mord Ich glaube, das ist direkt eine Ebene über dem Block hier Was denkst du, warum ich davon runtergefallen bin? Weil ich da übrigens eine krasse Kude ausgehoben habe Okay, danke, dass du mir gesagt hast, wo es ist Ich lache, wenn du dann in den Lavasee reinfällst Warte, ich so würde das doch nicht einfach so sagen Ich habe das doch schon alles gefunden Ich baue es doch schon ab Oh, schade Ich wollte halt Flo ein bisschen verwirren Bringt es euch was, dass ich uns in einen Notenblock Wasser gesetzt habe? Musste einfach mal nachgucken Und auf welchen Blöcken die Töne spielen Ich habe Angst, dass Florian jetzt irgendwas weggemacht hat Okay, nicht Noch nicht Boah, ich mache jetzt erstmal meine Instant Buttons aus Das brauche ich gerade eh nicht Mein Handy war gestern komplett leer Weil ich die ganze Instant Buttons habe laufen lassen Ich weiß nicht, was ich gerade machen soll, ey Du könntest bauen Ja, was denn? Was machst du denn? Ich bin gerade am Erde sammeln Okay, ich brauche Käs Ich geh glaube ich jetzt Käs sammeln Aber ich brauche erstmal Essen Ich habe gerade mal zweieinhalb Herzen Oh, ich habe das Ja, dann mache ich so eine scheiße mit solchen Notenblöcken Ach, da habe ich ganz wenig noch verbraucht Ja, aber anstatt, dass du was für deine Farm tust Nein Nee, die ist doch fertig fast Fast, wie gesagt Naja, es fehlt eigentlich nur noch mehr Erde Aber darauf wächst ja schon Zeug Sieht richtig geil aus, deine Farm Sonst wäre die Zäune auf der gleichen Ebene sind wie die Erde Also, ich brauche echt mal einen Baukünstler, der hier mitmacht Werde ich noch arrangieren Fuck, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe Eine Ebene Holz Also, eine Ein einziger Ein einziger Kreisholz Also, du überstaunen, wenn ich meine Einrichtung Ich werde was? Überstaunen, wenn ich meine Einrichtung fertig habe Das wäre ein, da bin ich echt gespannt Einrichtung kann ich eigentlich ziemlich gut Ich eben nicht Er so Rohbau, sowas ist meins Nein, ich kann auch gut Eine Richtung kann jemand anderes machen Ich kann ziemlich gut Baugurre Jedenfalls, ich kann ziemlich gut Ähm, auch Wälder und so natürliches Zeugs Und so, Bienen und so Ja, bei natürlichen Sachen tue ich mir immer ein bisschen schwerer Weil ich ja lieber so ein akkurater Mensch bin Weil ich mach so was, ich brauch so was richtig gern gut Mit Symmetrie mach ich auch viel Ja, was